Hi ihr Zombiefreaks und willkommen zurück zu Dead Island Riptide. Ich bin die Jasmin. Und ich die Susi. Und los geht's. Wir machen jetzt die Mission Schnee im Dschungel. Und ich renne nur noch der Jasmin hinterher. So sollte es sein. Ah, das glaubt Ding. Weil, äh, wenn ich nämlich hier vorlaufe, rennt die sowieso in verschiedenen Richtungen, von daher... Ah, einer muss sich ja um die Jasmin kümmern. Es ist andersrum, ich muss mich um dich kümmern. Wenigstens hab ich ihn, äh, Zivilist hier... gerettet. Du meinst Zivilisten. Zivilistin. Hab ich doch gesagt. Bei dir hat sich das angehört wie Zivilisten. Oh, 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 oh. Kopfkino euch, lass das mal nehmen. So, pass auf hier. Ich rette die ganze Insel, und du... Guck mal, ey, Leute, guck dir das mal an, ey. Anstatt, dass sie auf mich wartet, sie ist schonwnie kilometerweit davor. Das ist, das ist ein Beispiel eines Spieles, der überhaupt null Koop-Erfahrung hat. die einfach nur rumbrennt und ich habe den ersten Teil im Corp-Modus gespielt. Also erzähl mir hier nichts von Corp-Modus. Du hast keine Ahnung von Corp-Modus. So, äh... Mhm. Ja. Oh mein Gott, ey. Oh, der leckt, der. Lecky, leck. Oh, meine... Ich muss meine Machete mal wieder... Ja, hier ist gleich eine Bergbau. 350, Eigenbau-Hackmesse. Gib her! Was will ich haben, Susi? Jasmin? Wie sagt man? Susi, du bist einfach die Schlechteste, die ich kenne. Aber ich nehme die Waffe. Danke, sagt man! Vor allem, sie rennt einfach blindlings... Ja, das war dein Gegner. Deswegen bin ich weggegangen. Ja, man guckt sich auch die Leute und so, äh... an. Aber keine Sorgen, Jasmin. Ich sorge schon, dass... Ich meine, wenn ich eine gute Schusswaffe finde, würde ich sie dir auch abgeben, Susi. Was soll ich denn mit Schusswaffen? Bist du dich auf Schusswaffen... Ah, ähm, spezialisiert? Nur, weil ich hier Spezi auf Schusswaffen bin? Ups. Also ich mach mir Schaden, sag ich mal, auf Schuss. Ja. Das sind Schläger, ne? Warte. Nee. Ach so. Oh, ey, ey, ey. Kopf zertrampeln. Wunderschön. Komm, hier lang. Ach so, ich lauf ja hinter dir her. Wir warten jetzt auf Jasmin. Ich hab jetzt hier, äh, meine Raserei wieder. Mein Rasierangriff. Nee, hier können wir nur nach links oben. Das ist mir glaube ich falsch, oder? Na, gucken wir mal auf die Karte. Nee, 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 wir können hier doch durch. So, nicht so eigentlich. Ich weiß bloß nicht, hätten wir jetzt nicht auch mit... Boah, voll daneben getreten. Hab ich gar nicht. Ja, ich. Ach so, ja. Ich bin ja in Dusche. Große Brasserie, super. Ich krieg mir Kohle. Willst du jetzt zur Werkbank, Susi, oder nicht? Nee, wir gehen nicht. Ich ist zu weit entfernt, sorry. Sie bestimmt ja, äh... Susi, lauf mal dahin. Ich kann das mit den Explosionsteilen nicht so gut. Ja, wie ich von, ähm... Nee, erst müssen wir die Kleindor. Der Große ist nicht das Problem. Alter. Dreht die mal bitte. Damit die... Ähm... Äh, Jasmin... Ja, Susi, geh zurück! Geht cool, Jasmin. Kannst du nicht. Explodiert er? Nein! Oh Mann, explodier doch mal! Ich bin immer bei diesen Teilen ein bisschen nervös, deswegen... Ja, da jetzt passiert doch noch nichts. Aber hilf mir doch mal, die Kleinen wegzumachen. Solange die Kleinen da sind, kann ich die... den Großen da nicht wegmachen. Komm, ich da durchgelaufen? Ich probier's mal. Explodiert er? Nein. Explodier doch mal. Aufpassen, Infizierte! Explodiert er? Nein. Mann, 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 Mann. Oh, 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 oh. Er ist reich. Mann, wie viel kommen denn da? Warte. Soll ich mich opfern? Ich weiß nicht. Was ist eigentlich, wenn wir beide zur gleichen Zeit totgehen? Komm her, du kleines Explosionsvieh! Jetzt explodier's, ich weiß es. Juhu! Ich konnte wieder meine Dingsattacke nicht machen. Was ist das für eine Waffe? Warte, warte, ich muss mir die angucken. Oh, du hast mir die Waffe weggenommen. Nein, hab ich nicht. Du kannst hier ein Ausla... Oh, 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 oh. Weil ich Fleischermesser nicht so mag. Warte. Alter, Jasmin. Ja, ich verraten mich. Endlich. Ausstieg! Ich bin weiter im Level. Du hast zwar mehr Kohle, aber ich bin weiter im Level, weil ich einfach so awesome... Wenn ich lege mich gar nicht weiter. Doch, ich bin jetzt einfach weiter. Welches Level bist du denn? Das sag ich dir nicht. Ich bin 100 pro ein Level mindestens weiter als sie. Ach, hier kommen die alle rüber. Was folgt ihr denn, ey? Geht doch woanders hin. Ist das hier eine Versammlung oder war das? Was blinkt am Klopper? Was blinkt am Klopper? Das ist ein Zeichen. Bei dem, wenn die einmal hinlaufen. Das ist noch jemand. Ey, das ist eine ganze Bande! Ich glaub, das hört nicht auf, Kanaz. Okay, dann lass mal weg, Liga. Jasmin, bist du jetzt schon weggelaufen? Danke, dass... Ey, wie die mich im Stich lässt! Wir haben doch gesagt, dass wir da gehen! Wer rät, der Schwein! So muss das sein. Wo sind wir hin? Wir sind falsch. Wir haben zwei Millionen... Ja, Jasmin, du gibst dir den Ton an. Ich, äh... Ja, du weißt halt, wie meine eure Tierungen sind. In dieser Folge ist es nur hier Jasmin-Chef. Ach ja. Ich muss ja auch immer der Chef sein, ey. Ja, mein, mein, ähm... Ah, hier ist ein Auto! Ich fahre, Susi! Wenn ich rückwärts fahren kann. Falsche, falsche Seite eingestiegen. Falsche Seite. Du kannst zwar rückwärts, aber das ist... Das ist ein anderes Land. Das müsstest du doch kennen bei dir. So wie in England. Susi, ich fahr gleich ohne dich weiter. So wie in England! Wollen wir mal kurz rückwärts fahren, Susi? Und dann kannst du einsteigen. Ja! Komm rein! Gibt's hier auch irgendwie... Warte mal, kann ich mal ganz kurz gucken, ob's hier irgendwas zu essen gibt? Was ist das? Ein Snack. Eins, zwei, drei, vier, fünf... So gut ist das hier so ein Psycho-Trick. Ja, bei... Sieben, bei... Neunundfünfzig... Bei zehn bin ich losgefahren! Drei hundert Millionen, zwei und... Ups, falscher Weg. Oh mein Gott. Wie gesagt, Jasmin gibt in dieser Folge die Richtung an. Ja, ich muss ja mal gucken. Ey, du weißt doch, wenn ich Autofahre das kann, irgendwie nicht. Ja, Autofahren kann sie auch nicht. Ui! Momentchen! Und, äh, uns aus den Autos zehren, dann ist alles okay, Jasmin. Wie kann man nix wohl mit dem Auto durchfahren? Wir müssen ja geradeaus. Woher gekommen, Jasmin? Wir müssen hier durch, Susi. Mal gucken, vielleicht kaufe ich da auch mit dem Auto raus. Äh, Jasmin, guck doch mal auf die Karte, wo du... Oh mein Gott. Wenn wir explodieren. Lass mal kurz aussteigen. Guck doch mal auf die Karte. Ja, geradeaus. Guck dir doch mal die Hauptstraße an. Wir müssen zurück. Oh, Momentchen. Hier ist ein Ding, das Inselführer, Susi. Jasmin, soll ich fahren? Ja. Steig ein. Ja. Wirst du den Inselführer nicht holen? Ich möchte keinen Inselführer. Ja, wofür brauche ich den eigentlich? Ach. Gib hier den Inselführer. Der muss ja nach oben. Du musst einfach rückwärts, dann kannst du jetzt nämlich fahren. Guck dir mal die Karte an. Hier ist kein Inselführer. Hast du den schon genommen? Ja, ein Mülleimer, glaube ich, oder so. Auch da. Das ist aber nur ein Sammlerstück, glaube ich, oder? Genau, du fährst jetzt die Straße entlang. Welche? Rechts, ne? Hast du nicht die Karte vor dir? Doch. Du fährst jetzt rechts lang. Fahr mal. Und dann fährst du die Hauptstraße links lang. Ich weiß bloß nicht, ob wir da rüberkommen, weil das sieht so komisch aus. Fahr auf jeden Fall links müssen wir, die nächste. Ich habe Upgrade, muss ich eigentlich nur machen. Jetzt ist das nachher so gestrichelt, da kann ich dir leider nicht sagen, ob wir da... Warte mal, ich gucke mal. Ja, komm rüber. Perfekt. Und dann, äh... Hier, links, weiter. Das ist über dem Wasser da drüber, ne? Also jetzt kommen wir auf einen Kartenabschnitt, den wir noch nicht so aufgedeckt haben. Vereinbar mal lang. Nein, wir müssen hier nach unten, wo das Holzfall ist. Auf links, da ist Wasser. Oh, oh. Oh, scheiße. Oh mein Gott, wir werden sterben. Wir sterben auch im Auto, wenn... Das ist so sicher. Fahr, Jasmin. Fahr, Jasmin. Jasmin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der ist explodiert, oder? Der ist explodiert. Komm mal. Hier. Wir müssen aussteigen, glaube ich. Wir müssen aussteigen, scheiße. Waren wir hier nicht schon mal? Ey, wir waren hier schon mal, Jasmin. Na ja, nachher hast du hier dein eigenes Auto, Susi. Wir müssen runter, Susi. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Susi, die stehen ja nicht so angeflossen rum, ey. Wir müssen hier rein. Susi, herkommen. Sofort. Was denn? Das ist doch nur zwei Leute, ey. Ja, aber mein Leben. Entdeck getreten. Oh, ich hab schon wieder hier. Oh, gut. Arschloch, ey. Komm hier, Kopf zertreten. Ich greife keine Lady an. Wir müssen noch... Ich glaub nicht, dass wir da rein müssen. Oder? Ja, guck mal. Ja, siehst du hier irgendwo aufmachen? Verfolge mich. Also diese Runde gebe ich den Ton an, also komm hinterher. Ne, ich glaub, wir kommen noch gar nicht da lang zu der Nebenmission. Doch, kommen wir. Ja, aber dann müssen wir über Wasser rüber. Haben wir da Boote? Ja, bestimmt. Oh, Susi, deine Aufgabe, da ist ein Explosionsteil. Oh, darf ich wieder sterben, oder was? Rosel? Hier, der kommt gleich auf dich. Rosel? Wuhu! Ah, hat nichts gebracht, Susi, nochmal. Ich muss auch vorbeikommen, das ist es ja. Hat aber nichts gebracht. Alter, ey, ich streif den schon. Gib ihm einfach mal eine Umarmung, das reicht. Weißt du was? Jasmin, spinnst du? Ist er extra. Ja, ich hab den eben gerade erschossen. Die Nägel kann man wieder aufsammeln von der Nadelpistole. Guck mal, ich hab so ein gelbes Ding in der Hand. Ist ja süß. Ja. Ich, ich, äh... Oh mein Gott. Susi, jeder kann ein Boot fahren. Oh, Susi, der hat eine Klinge, die will ich haben. So nebenbei, das ist meine Waffe. Also die Nadelpistolen sind eher für, äh... Der hat mal die ganzen Nägel in sich drin. Das ist aber sexy. Aufpassen, der hat eine Waffe zu tun. Schweres Küchen. Dich schmeiß ich weg. Meine Nägel! So, Susi, du kannst dein Boot fahren. Ich fahr mal... Hä? Du bist irgendwie, grad wo ich das aufnehmen wollte, an mich rangekommen und ich hab mit dir gehandelt. Ja, Boot fahren! Du, Susi, du gibst ja ein eigenes Boot, ne? Schraubenschlüssel? Ich sammle erst mal Geld. Bye, bye. Was ist... Oh mein Gott, Jasmin. Ich fahr schon mal, ne? Ja, ja. Lass mal ein Rennen machen, wer ist mehr da? Warte mal. Bestimmt als erstes. Oh, ich liebe Boot fahren. Das ist sowas von cool. Ey, rette Teile! Ja! Oh mein Gott, wir müssen Teile retten, wer auch immer das ist. Willkommen! Willkommen! Ja! Okay, ist Teile gerettet. Ich hab Teile schon gerettet, Jasmin. Du brauchst dich... Ich bin mit dem Boot in die Zombies rein. Susi, kann ich dich stoßen? Ey, ich fahr grad die Leiter hoch! Ich komm hier in die Leiter nicht hoch. Ja, was machst du hier? Ich wollte dich besuchen. Hi, Teile. Wieso kommst du die Leiter hoch? Das ist eine Mission für uns, Susi. Ich komm die Leiter nicht hoch! Nimm mal bitte die Mission an. Hier ist voll der Bug. Was können wir haben? Ja, okay. Was haben wir bekommen? Hm? Mann, der hat eine Bergbank und ich komm hier nicht hoch! Ich kann nicht hier einfach meine Waffe reparieren. Oh, doch hier. Ach, schade. Ey, voller Bug, Mann. Ähm. 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 Weißt du, zur Zeit hab ich eigentlich gar noch nicht so viel mit meinen Waffen gemacht. Was kann ich denn so alles modifizieren? Kann ich ja mal gucken? Die Stachelbrand mit dem Nagel. Nee, sowas will ich nicht. Susi, ich brauch deine Hilfe. Hier ist ein Dings. Dietrich, Stufe 1. Vor allem immer brauchst du meine Hilfe. Ja, du hast das aufgeskizzt. Sorry. Ein Moment. Oh, ich... Ähm. Guck mal, was ich wieder hab. Ja, ich guck gleich. 343, Jasmin. Ein Hackmesser. Ja, das nehm ich gleich. Man findet nie gute Sachen hier drin. So. Warte, ich muss grad gucken, was ich hier ausgabe. Das ist fett. Was? Oh, mein Controller ist leer, ey. Für mächtige, weite Angriffe? Nein. Weiß gar nicht, was ich als nächstes ausgehen soll, wenn ich ehrlich bin. Oh, romantisch. Was soll ich machen? Ich hab keine Ahnung. Mach ich dich jetzt mal voll. Oh, ich hab noch ein Upgrade. Oh, mein Gott. Haben sie da Zombies irgendwie gekreuzigt? Um deine Feind zu zerstören. Ich nehm das Messer, so sehe ich so. Ja, ich warte auf dich. Boah, das kann ich erst Stufe 25 benutzen. Schade. Ja, das baue ich nicht. Töten durch Dritte erzeugt Ausdauer. Das heißt, du fährst hier kurz rum? Achso. Bye, Susi. Bye. Komm, Jasmin, du fährst doch vor. Oh Gott, die können sich sogar hier hochhangeln. Okay, gut. Jasmin? Ja, ich bin schon da. Oh, da. Oh. 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 Oh, ich bin tot. Oh, sie ist tot. Oh, Mann. Naja. Kann passieren. Darf nicht passieren. Huhu. Scheiße, ey. Ich häng hier überall fest. Ey, was ist das denn für ein Bug? Ich hab hier kein... Susi, kannst du mich mal abholen? Obwohl, ich komm einfach rüber. Oh, ich komm hier nicht aus dem Wasser raus. Zu breit. Oh. Ja, super. Komm nicht aus dem Wasser raus und hab vielleicht Zombies an der Backe. Ist der tot hier? Oh, da liegt der noch. Oh, da ist der tot. Wie ist deine Aufgabe? Du weißt schon. Oh, nicht schon wieder im Wasser. Ich bin zu nah dran. Ich bin zu... Warte. Was? Wieso ist der nicht explodiert? Komm schon. Fehlschuss. Okay. Die Waffe muss ich mir auch nochmal aufsammeln. Jasmin! Ich kann grad nicht. Ja. Komme. Oh, Mann. Hier ist ja noch das Pfeil. Ich dachte, das hast du ja gesehen. Ich hör hier noch so ein... Ja, hinter dir. Da kommt noch eine. Alter. Ja, komm doch einfach weg, als ob er so schnell wäre. Wer mit deiner Lage bist du, oder? Ich hab keine Nägel mehr. Soll ich? Warte. Warte. Ich werfe einfach eine Waffe. Susi, weg da. Was? Weg da. Ich komm die ganze Zeit nicht aus dem Wasser raus. Den hast du schon erledigt. Ja, ich weiß. Was dachtest du denn? Ich kann grad eine Waffe werfen. 302 Hackmesser? Achso, das ist meins. Wieso kann ich das jetzt nicht nähen? So. So, hier oben müssen wir ja langen. Komme ich jetzt hier aus dem Wasser raus, wäre echt awesome. Bist du draus? Ja. So, wir sollen Drogen einsammeln, ne? Ja. Du bist ja, äh, für Drogen abhängiger. Genau. Jasmin hat ein Herz für... Drogenabhängige. Geht rein, ne? Oh mein Gott, ey. Der kommt über den Dienst rüber. Oh, Klingenwaffen. Supi. Ähm, wo macht man denn die Tür aus? Vielleicht müssen wir aufs Dach raub? Du bist witzig. Wie sollen wir aufs Dach? Wir müssen aufs Dach raub noch mal. Du bist runtergefallen. Bist du runtergefallen, Susi? Ey, das ist am Längen, Jasmin. Frau Rufrieder. Du hast es ja nicht, aber ich... Ich weiß auch nicht, warum das liegt. So, hier sind stumpfe Waffen, die kannst du haben. Was soll ich denn mit stumpfe Waffen? Die will mir immer irgendwelche Sachen geben, die ich gar nicht brauche. So, mal gucken, ob ich das mit dem Tier aufkriege. Oh, die muss man nicht aufpassen. Was bist du denn? Oh mein Gott, was ist er denn hier? Er stinkt. Ich bin gleich tot, Alter. Mach deine Raserei oder so. Hab ich gemacht, kann ich auch mal. Oh Gott. Der hat mich zu Tode fast gestunken, ey. Ich bin gestunken, ey. Hier, 299 Messingschlagring. Kannst du haben. Ich nehme die Katze vor. Miau! Katzi! So. Was soll ich mir hier nochmal einsammeln? Ach, hier ist noch... Nee. Drogen! Ich hab nichts gefunden. Doch. Hier. Guck mal, hier gibt's einen Geheimgang. Juhu! Ah, den hab ich gar nicht gesehen. Das war so... Ja, ja. Wo sind denn die Drogen hier? Wir waren ein bisschen haschig und alles mögliche. Und... Oh, hier voll das Labor und ein Zombie auch noch. Geheimakte, Susi, hier im Dingsregal. Hm. Da kann man... Susi! Oh mein Gott, wo kommt er denn her hier? Wo waren die Geheimopter? Sie will ihm die Drogen nicht geben. Sie gibt ihm falsche Drogen, hat sie gerade gesagt. Ja! Finde ich okay. Guck mal, wie gut ich bin. Ja, aber das Problem ist, äh... Das merkt er ja, weil er die Wirkung nicht einsetzt. Ah. Susi, was ist hier drin? Mach mal auf. Hä? Hier, in den Kasten. Oh. 276. Ja, nee, sowas brauchen wir. Messingschlag, nee. Messingschlagring, das ist... Den hab ich noch nie wirklich benutzt. Wann kriegt man denn diese Wolverinklinge, weißt du? Äh, ich glaub, das kriegen wir nicht. Das, ähm, für einen Charakter kommt so eine Spezialwaffe, oder nicht? Echt? Oder wär geil, ey, die würde ich benutzen, so. X-Man! Ähm, reicht noch für den Rückblick. Wir gehen jetzt zurück zu ihm. Jupp. Und dann... Jo. Können wir dann wieder Hauptmission machen. Ey, vorhin bin ich hier nicht aus dem Wasser rausgekommen. Das ist mein Boot. Links ist dein. Vergiss es. Alter. Zu spät. Ich hab mir mein Boot geklaut. Meins. Geh doch mal zum Fahrersitz hier. Ich fahr mein eigenes Boot. Müssen wir hier irgendwie ein Ziel auswählen? Nö. Nö. Zum roten, äh, Ausrufezeichen, ne? Ich kann verraten, ne? Muss man hier nicht lang? Bin ich hier falsch, Jasmin? Ja, du kannst halt nicht fahren, ne? Rettest Stanley! Wo ist er denn? Ja. Bei dir? Oh, jetzt muss ich zurück. Ich dachte, ich wollte mal gucken, wo es hier lang geht. Du kriegst Stanley bestimmt gerettet, oder? Ähm. Oh mein Gott, ich komme. Hippie! Wie die aus dem Wasser rausgesprungen kommen, als ob ein Zombie freiwillig im Wasser leben würde. Ich hab's... Hier lebt doch noch jemand. Oh. So, ich hab's geschafft. Oh, da bist du ja. Wie komm ich denn nach oben? Achso. Ach, ich hab ja auch ein Medikid. Falls du sterben tust, kann ich dich dann wiederbeleben. Oder du kannst dich selber heilen. Ja, so trinken ist es noch nicht. Obwohl. Hallo? Ich bin oben. Was hat mich denn da jetzt erwischt? Jasmin's Boot erstmal gerammt. Uh. Aufstieg schon wieder. Ja, wir haben Geld bekommen. Geld war fix. Hallo? Ah, gleich zwei. Ja, das sind so beschissenen Wasser-Zombies, ey. Die mögen irgendwie das Wasser. Ich hab keine Waffe. Wieso hab ich jetzt die Waffe nicht? Wir haben schon wieder aus, dass ich die Waffe gewechselt. Man, ey. Ha. Ey, das sieht voll komisch aus. Ey, hast du die Fresse gemacht. Das erinnert mich irgendwie an Fluch der Karibik, ey, weißt du? Was hat's denn da auf dem Kopf so sich? Ja, so Muscheln oder so. Was haben wir jetzt gekriegt? Geld nur. Besser als nix. Das war jetzt mein Boot. Das haben wir wieder getauscht, ey. Komm doch nicht mal rein. Warte, Susi. Ich muss jetzt mal auf deins drauf springen. Warte. So kommst du nicht. Ich will da nicht hoch springen. Susi. Warte mal. Ich fahr mal zurück. Ja, ich will auf meins drauf, aber. Du brauchst nur Viereck. Drücken. Oh, stimmt. Oh Gott. Hande! Was war das denn? Ich helfe dir in die richtige Richtung. Hallo! Oh. Baumstamm. Oh Mann, ey. Mach doch mal einmal, was ich so sage, Mädels. Was warst du da? Komm schon. Sie will nicht den zum Fahrer wechseln. Ja, das hatte ich vorhin auch kurz. So, jetzt bist du zum Fahrer. Komm hier. Das ist ein Ding. Oh, das war ja, da hätten wir auch zu Fuß gehen können, doch. Komm ich jetzt aus? Hier, danke. Die haben hier die Zombies gekreuzigt. Hier höre ich doch auch die Wasser da her. Scheiß drauf. Das Min hinter uns. Oh, Susi. Schnell, schnell, schnell. Ich bin gestorben. Scheiß, nein. Ja, schnell, schnell, schnell. Dachte ich, was wird sie jetzt? Ja, ich dachte, ich kann noch mein Medi-Kipp benutzen. Get this fuck with off me. Oh, verdämmertig. Komm mal her. Ja, aber du würde ich doch für dich selber benutzen. Was? Du hast noch mehr, oder was? Nein, ich bin voll, habe ich gesagt. Ich brauche das mal, wenn du nicht hast. Ah, nee, ich brauche das mal nicht. Was ist das denn? So, wie lang? Ah, ja. Ach, nö, euch schon wieder. Jetzt schon wieder, meint ihr? Ja, dann würden wir vor... Na, ist besser wie Lai laufen da einfach vorbei. Erst mal die weg und dann... Das bringt ja nichts. Oh, Gott. Und jetzt laufen zu sich. Na, auf! Ah, wir müssen da runter. Egal, hier lang. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, dass wir... Äh, wir immer noch sind. Einfach loslaufen und abhauen. Also, mit mir so hinter mir? Oh, bei mir huppelt's voll. Komm mir grad auf. Hier, einfach hoch springen, Susi. Oh, mein Gott. Ich komm hier nicht rein! Spring! Ich komm hier nicht! Rauf! Ich komm hier nicht rein, ey! Was ist denn das? Ja, springen. Das war mir klar, dass ich springen muss. Warte. Ich komm hier nicht... Oh, Alter. Komm rüber! Komm jetzt nicht rüber! Siehst du? Das war bei mir auch... Oh, mein Gott, der ist hier drinnen! Der ist hier drüber gesprungen! Da, warum kann ich springen? Ja, ich glaub, das ist ein Bug hier, weil wir auch festgepackt sind. Guck mal, jetzt kommt der ja ein Spieber. Ja, ich spreche mit dem Typi, ne? Ja, aufgazert. Oh, fuck yeah! Rock'n'roll! Woo! Rock'n'roll? Okay, take it. Wenn der nur wüsste, dass der hier nur Pullerzucker bekommen hat, oder was? Na, der... Sag ich mal so, der Gedanke reicht zu sehen. Was haben wir denn jetzt bekommen? Warte. Oh! 1.200 HP. 1.700 HP. Und ein Bronz, den ich mag. Ein was? So, und ein Schaltding. Ähm, Bronz und Schlagring. Ah. Ich würde sagen, so sie, wir wenden hier den Part. Ja, machen wir. Und erstmal danke schön fürs Reinschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi! Tschüssi! Tschüssi!